Diese hier angebotene 4,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 136 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1800 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017